wie sie bei tische saßen ward einem jeden aufgegeben etwas zu erzählen die braut saß still und redete nichts da sprach der bräutigam zur braut nun mein herz weißt du nichts erzähl uns auch etwas sie antwortete so will ich einen traum erzählen ich ging allein durch einen wald und kam endlich zu einem haus da war keine menschenseele darin aber an der wand war ein vogel in einem bauer der rief kehr um kehr um du junge braut du bist in einem mörderhaus und rief es noch einmal mein schatz das träumte ich nur da ging ich durch alle stuben und alle waren leer und es war so unheimlich darin ich stieg endlich hinab in den keller da saß eine steinalte frau darin die wackelte mit dem kopfe ich fragte wohnt mein bräutigam in diesem haus sie antwortete ach du armes kind du bist in eine mördergrube geraten dein bräutigam wohnt hier aber er will dich zerhacken und töten und will dich dann kochen und essen mein schatz das träumte mir nur aber die alte frau versteckte mich hinter einem großen fass und kaum war ich da verborgen so kamen die räuber heim schleppten eine jungfrau mit sich der gaben sie dreierlei wein zu trinken weißen roten und gelben davon zersprang ihr das herz mein schatz das träumte mir nur darauf zogen sie ihr die feinen kleider ab zerhackten ihren schönen leib auf einem tisch in stücke und bestreuten ihn mit salz vertreuen